Professionelle Beratung und fachkundige Unterstützung – damit überzeugen die DRC-Rechtsanwälte. Jeder der drei top ausgebildeten Anwälte ist seit Jahren auf mehreren Fachgebieten intensiv bewandert, wodurch sie aus einem umfangreichen Leistungsangebot wählen können. Im Fokus von Volker Dahmann, Master of Laws im Medienrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht, liegen das Arbeits- und Medienrecht, dabei insbesondere das Marken- und Urheberrecht sowie das Wettbewerbsrecht. Konstantin Freiherr von Stockmar von Wangenheim kümmert sich vor allem um Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Wohneigentumsrecht und Strafrecht. Wolf Joachim von Rosenstiel betreut Mandate im Familienrecht, Verkehrsrecht, Mietrecht und Versicherungsrecht. Die DRC-Rechtsanwälte sind Vertragsanwälte und Fördermitglieder des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und sie werden sogar vom US-Generalkonsulat empfohlen. Wohneigentumsrecht und Stadionskruppen Untertitelung des ZDF, 2020